Und diesmal klappt der Start. Die Mädels sind unterwegs. Wir schauen auf Johanna Martin auf Band 5 und Annalena Stüller auf Band 6. Johanna Martin, die siebte der U18-Europameisterschaften und jahresschnellste. Ganz starke Gegnade von Johanna Martin, der Rostocker Rennen. Legt da ordentlich vor. Starke Kurve von Johanna Martin, gefolgt von Annalena Schüller. Die lässt sich da noch nicht ganz abschütteln, die Athletin vom TSV Bayern 04 Leverkusen. Aber Johanna Martin, die lässt sich hier den Titel nicht nehmen. Über 400 Meter der weiblichen U18, 55, 08. Damit holt sie die Goldmedaille vor. Annalena Schüller vom TSV Bayern 04 Leverkusen. Denn das war's für das, was wir mit einem Takt. Und das war's für das, was wir mit dem Takt.